Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich mag es, wenn sich verschiedene Dinge organisch mischen. Das ist ein alter Bilderrahmen mit einem Foto meines Sohnes am Strand von Vancouver Island. Und gleich daneben diese hübsche Reklame in Orange und Gelb. Also hier kann man tatsächlich sagen, Kunst ist, was du daraus machst. Und das sind Kunstwerke von meinem Vater. Diese kleinen Holztiere hat er für meine Kinder gemacht. Jetzt sind sie alle hier. Sie lieben es, mit Tieren zu spielen. Ich habe auch eins aus Plastik behalten. Sie lieben es, mit Tieren zu spielen, also habe ich eine Plastik behalten. Und das hier ist Fu. Ich lerne total viel, weil Fu so eine unglaubliche Köchin ist. Es ist wirklich wunderbar, in Berlin zu leben und so viel über die japanische Kultur zu lernen. Wie sie essen, was sie so machen. Also das ist echt aufregend. Es war wirklich nett, euch zu Gast zu haben. Ich muss jetzt los und was für die Arbeit vorbereiten. Nochmal danke, dass ihr mich besucht habt.